Hey Leute, ich habe jetzt einen Discord und hier kann man sehr viele verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, man kann sich mit den Freunden hier unterhalten, hier in den Chat hier, wenn man draufklickt. Und ihr könnt euch auch an den Freunden sagen, dass ich hier auch einen Discord habe. Einfach erster Link in der Beschreibung hier, erster Link in der Beschreibung. Und ja, dann seid ihr einfach hier direkt drauf im Server. Genau, und hier kann man nicht sehr viele verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel auf erstmal Regeln und Infos muss man unbedingt durchlesen. Einfach hier Regeln und Infos durchlesen und ja. Man kann zum Beispiel auch, wenn ihr Mitglied seid oder so von meinem Server, aber kann man hier ganz einfach Mitgliedanforderungen mit einem Screenshot und da habt ihr auch einen Mitgliedrang auf meinen Discord hier. Es gibt auch ein Fanart-Dings hier, ein Fanart-Channel. Da könnt ihr alle möglichen Fanarts hier reinschicken über, keine Ahnung, Revival zum Beispiel. Also Revival ist jetzt schon aus, aber über die kommende Projekte oder so oder über Franzl, alles mögliche. Die werde ich vielleicht auch noch in den Videos zeigen. Hier könnt ihr auf Videos klicken, hier sind alle möglichen Videos, was ihr halt hochklären werden von mir. Und es gibt auch Gewinnspiele. Also Gewinnspiele, das praktisch, ihr reagiert über einen Bot praktisch. Da reagiert ihr auf die Nachricht von Bot. Und da könnt ihr zum Beispiel, könnt ihr bei euch zum Beispiel gewinnen, Red mit Julian hier, wie man links unten seht. Red mit Julian. Da könnt ihr mir zum Beispiel reden mit mir oder so. Es geht wahrscheinlich, also jede Woche ist ein neues Gewinnspiel. Könnt ihr auch Rollen oder so gewinnen. Oder einfach reden mit Julian. Und da könnt ihr einfach mit mir reden, alles was ihr wollt. Alles besprechen, was ihr wollt, keine Ahnung. Und ja, dann erster Link in der Beschreibung. Dann sehen wir uns im Discord. So, hello und willkommen zu Nerdfrager Minecraft Horror. Heute spielen wir jetzt nämlich so eine Map, die heißt Minecraft Outlast. Wer hat Minecraft Outlast nicht kennt, das ist praktisch so ein Spiel, wo die Jumpscares richtig stark sind. Also richtig. Das sind wirklich die ärgsten Jumpscares in dem Spiel. Also in Outlast-Nets. Und das ist praktisch eine Minecraft-Map, die einer nachgemacht hat. Wie ihr habt gesehen, die hat 17.000 Downloads. Also die Map muss gut sein. Also, hier sind wir jetzt im Spiel hier. Und genau, wir haben so eine Kamera hier. Die Kamera ist ein bisschen verpackt, weil die Map ist gerade nicht so... Weil die Map war glaube ich 1.8, aber das ist schon 1.12 ist es auch. Und ich habe jetzt mit 1.12.2 gespielt ich jetzt gerade. Also das soll schon irgendwie gehen. Also, ich habe schon kopische Geräusche. Und dann hörst du gerade die Schritte hier, was ich mache. Okay. Ich habe jetzt eine Fackel genommen, weil es ja alles dunkel ist. Und Met-Energie habe ich, okay. Und warte mal, habe ich nicht gerade noch Batterien gehabt? Hm, komisch. Äh, egal. So, dann starte ich mal. Settings. Okay, geht's los? Äh. Okay, geht's los? Vielleicht pro Batterien. Oh, Leute, hier Exit. Wild Crater. Wenn ich hier draufgehe, ich glaube, jetzt geht's los, glaube ich. Ich habe Adventure Mode bekommen. Okay, Night Vision. Okay, okay. Aber was passiert hier? Hier sind auch unbedingt Jumpscares hier dabei, also. Ich will aufpassen. Was ist hier? Also, ich fahre mit dem Auto, glaube ich. Na, na, na. Ähm. Es ist Nacht. Neh mal die Fackel hier raus. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Äh, sorry, wenn ihr irgendwie ein bisschen Licht sehen könnt. Okay, ich bin jetzt wahrscheinlich irgendwie mit dem Auto angekommen. Und scheinbar, was steht da? Mount Asi... Ah. Okay. Äh, Mount Massif Asylum. Okay. Was ist hier da? Batterien. Okay. Nur die Batterien. Was bringt die Batterien? Kann ich irgendwie schauen oder so? Ich weiß es nicht. Okay, ist hier irgendwas? Ist die Frage. Was ist? Ist der Administrator-Passwort? Ich habe kein Administrator-Passwort. Ich weiß es nicht. Hier ist eine Batterie. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Batterien. Ich weiß es nicht. Ist nichts. Also, du wirst immer hier in die Müllärmer nachschauen. Das ist ein Dings hier. Richtig gut gebaut eigentlich. Oh, es geht auf. Okay. Okay. Hallo, ich bin der Julian. Ich bin nicht sogar der Horrorspiel-Spieler. Sind noch Autos? Ist hier noch was drinnen? Ich glaube nicht. Mount Massive Azulim. Kann ich hier rein? Hä? Ist hier zugesperrt oder muss ich was versuchen? Was muss ich hier machen oder? Weiß nicht. Was ist hier außen rum? Okay. Okay, ich verstehe es Leute. Ne, muss ich nicht. Oh. Eine Faklinge hier platziert. Okay. Ähm. Okay. Ich weiß es nicht. Kann man hier irgendwie rein oder so? Kann ich die Batterie irgendwie einfüllen in die Kamera? Ah, jetzt habe ich die Kamera. Okay. Okay. Ich nehme auf. So. Okay. Jetzt habe ich die Batterie. Die Batterie geht irgendwie nach der Zeit aus. Kann man hier rein? Hier kann man rein, Leute. Okay, nice. Ich weiß nicht. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, irgendwie, ähm, ob ihr irgendwie so ein Horrorspiel-Fan seid oder so. Ob der irgendwie, ich weiß es nicht. Weil die Sound sind ja extrem cool, gell? Komm nicht hoch. Okay, ist eine Leiter. Komm nicht rein. Also hier muss ich ein Parcours machen. Es sind solche Holzdinger irgendwie. Bei, ähm, bei der Seite vom Haus, denke ich. Oh. Hier kommt man rein. Oh. Die Lampe ist, glaube ich, nur durchgebrennt. Alles gut, Leute. So, für alle, die sich erschrecken, ist Blut. Okay. Ähm. Enter der Passwort. Hier sind Kameras. Hallo, wer immer in die Kamera schaut. Oh. Leute, ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Ist da vorne? Ich weiß es nicht. Hier ist, glaube ich, irgendwas verpackt. Okay, kann nichts machen. Ah, 18 steht hier. Hallo? Ähm. Ich weiß es irgendwie in der Laune. Ist die Tür irgendwie aufgegangen? Ah, ne, da ist das Holz. Okay. Hallo? Ich will nur irgendwie... Ah, nein, ich... Meine Batterie ist schon wieder aus, gell? Das ist nicht gut. War das das? Oh, lol. Okay, solche Dings hier. Das ist ein Bildschirm. Okay. Ähm. Das Ziel ist, glaube ich, einfach hier zu überleben. Oder hier einfach... Ähm, Dings hier. Hier einfach... Ich bin, glaube ich, der Wachdienst hier, nehme ich. Job hat man nämlich relativ gut bezahlt gekriegt. Deswegen habe ich hier... Das sind Bücher. Hier ist die Batterie, gell? Oh, Leute. Okay, ich habe die Batterie. Nice. Okay. Ähm. Kann ich die wieder reingeben, denke ich. Kann ich die irgendwie wieder reingeben? Kann ich das? Äh. Kamera? Äh. Kannst du bitte funktionieren? Okay. Ich glaube, die... Oder funktioniert die automatisch? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert mit Batterien. Ja. WC? Musst du vielleicht aufs Klo hier? Oh. Was hier? Lüftungsstacht, Leute. Ist wieder eine Batterie? Nice. Okay. Zwei Batterien. Äh. Äh. Cola Drink jetzt. Okay. Ist irgendwas drin? Muss auch irgendwas drin sein. Äh. Komisch. Ist jetzt drinnen hier? Lüftungsschacht. Hallo? Lüftungsschacht. Ähm. Oh. Okay. Hallo? Oh, Leute. Ist ein Lüftungsschacht. Kann ich die zurück auch? Nee. Das hier geht gerade von da vorne. Okay. Ähm. Ich bin gleich runtergesprungen. Hallo? Hallo? Leute? Wer ist das? Sind die alle tot? Oh. Jetzt ist hier irgendwo ein Mord zukommt. Halt. Ich habe Angst. Library. Boah. Hast du mich erschreckt? Oh. Erschreck mich doch nicht so. Ich kann die Rüstung nehmen. Erschreck mich doch nicht so. Ah. Boah. Habe ich schon Dings hier bekommen? Oh. Wer bist du? Wer bist du? Hallo? Äh. Schon erschreckt hier. Oh nein. Meine Fackel. Oh. Ich meine Fackel. Äh. Okay. Äh. Ja. Ich habe ein Video. Ja. Hallo? Ich habe jetzt Fackel wieder. Okay. Ähm. Was ist hier? Okay. Nur so Dings. Die kann ich nicht aufheben, leider. Nicht aufmachen. Ich sollte vielleicht nicht zu Tuch runnen. Alles ruhig hier angehen. Ich glaube, ich muss die Kamera irgendwie anmachen. Kann ich die Kamera anmachen? Äh. Kamera? Energie? Was ist Energie? Also Leben, gell? Kann ich die Kamera nicht irgendwie anmachen? Kamera? Ich denke nicht. Ah. Jetzt ist sie wieder an. Okay. Boah. Äh. Boah. Was ist das? Ich bin ruseig schubst worden. Hallo? Hallo? Anders. Hallo? Sorry, dass ich irgendwie der Haus... Der mich ruseig schubst. Boah, hat mich erschreckt. Hallo? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich glaube, ich bin hier gerade irgendwie... Dings hier. Okay. Hallo? Ich batterie ihn wieder reingeben. Oh. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Slowness. Oh, okay. Ich habe jetzt irgendwie Slowness. Ich kann mich jetzt anscheinend nur so bewegen, weil ich irgendwie gebrochenes Bein... Also, ich glaube, ich muss... Äh. Dings hier. Äh. Energie nehmen, glaube ich. Stimmt's? Nee? Okay. Keine Energie. Ich glaube, ich muss jetzt so bewegen anscheinend. Äh. Sorry für die ganzen Leute hier. Ich kann auch nichts machen. Ich bin auch nur ein Mensch, der hier irgendwie... Das Blut, glaube ich. Oh. Kann ich hier rein? Ja. Hallo? Ist hier irgendwas? Bei Batterien bräuchte ich, glaube ich. Batterien wären gut. Kann ich hier raus? Exit. Hier kann ich nicht. Wer geht denn das jetzt weg? Hier das Slowness. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal wieder zurück hier irgendwie. Hallo? Ist hier irgendwie jemand? Aber die Computer sind richtig gut gemacht eigentlich. Ich will nicht hier alleine sterben irgendwie. Oh, okay. Äh. Ich gehe mal hier nach vorne. Ist hier irgendwas? Ich gehe mal da vorne. Was ist hier? Also hier ist irgendwie eingesperrt oder so. Was ist hier? Hier waren wir schon, gell? Ja. Ich lege mal da vorne. Irgendwo muss hier doch einen Aufgang geben. Irgendwie muss ich ja wieder hochkommen, denke ich. Okay, sind wir da zuhören. Gehe ich mal rein. Wenn ich das nicht gleich irgendwie... Oh! Oh! Er hat mich schon wieder so erschreckt. Okay. Ich gehe mal hier wieder nach zurück. Hier. Hier brennt die Glühbirne. Hallo? Kann ich die Glühbirne... Äh. Oh! Oh! Ich habe mich erschreckt. Oh! Hallo? Ist hier jemand am Klo? Okay. Oh! Ich habe mich erschreckt. Oh mein Gott. Hier ist jemand am Klo. Hallo? Ähm. Okay. Aber wir sind alle zu irgendwie. Okay. Äh. Hallo? Ja. Boah. Ich bin gerade erschrocken. Hier ist ein Kot. Kann ich hier irgendwie rein? Ist hier irgendwas? Ein Spind. Äh. Ein Bildschirm. Ich glaube, das ist so eine Überwachungskammer oder so. Hallo? Ich sehe irgendwas. Regnet es jetzt oder? Ich weiß nicht. Ich glaube jetzt nicht. Ich denke, es regnet gerade. Okay. Exit. Hm. Ich glaube, ich muss doch anders noch irgendwie nachschauen hier. Ich muss doch hier irgendwo noch irgendwie einen Aufweg geben. Ja. Dass ich irgendwie schauen kann, ob ich irgendwie... Wer mich da hier runtergeschmissen hat. Warum muss ich hier hin? Ich weiß es nicht. Das ist hier. Boah. Ich nehme mich schon wieder schocken. Oh! 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 Da vorne! Wo bist du? Da war Tag. Da hat es doch jetzt regnet draußen. Ich bin schon wieder so erschrocken. Okay. Ich schätze, ich muss einfach hier alle... Gänge her. Dings. Oh! Und da kommt der Video Sound. Oh! Ja, hallo. Noch immer. Oh! Der erschreckt mich. Oh, hier ist der Dings. Okay. Eine Batterie. Oh! Sorry, Leute. Ist echt hier. Dings. Hier kann ich die Kamera wieder anmachen. Irgendwie. Okay. Okay. Äh, ja. Erschreckt mich doch nicht so. Irgendwie muss ich ja hochkommen jetzt, oder? Boah. Okay. Was passiert hier? Ist die Tür offen? Ich weiß nicht, ob die Tür vorher schon offen war. Okay. Sorry, wenn irgendwas zu dunkel ist. Muss ich zum PC? Mir ist nichts. Boah. Ich glaube, das kommt jetzt alle paar Minuten, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Sorry, Leute. Muss ich hier nach vorne, denke ich, oder? Hier ist noch die Tür. Da muss ich rein. Safe. Hallo. Ähm. Oh, wie bist du? Äh. Hallo. Ähm. Geht's Ihnen noch gut? Äh, hallo. Äh, ja. Dings hier. Mach immer das ist. Äh. Ich glaube, hier muss ich rein. Geht's hier weiter. Exit kann ich hier nicht. Ich kann nicht raus, gell? Hallo? Ich will nur irgendwie raus. Ja, alles gut. Okay, suggest. Ich bin echt ein Schlüssel. Security Key. Kann ich jetzt raus mit dem Key? Mit den ganzen Dings jetzt durchschauen. Ja, ist doch gut hier. Oh, oh. Security Key. Also, der ist der Key für die, für die, für die Tür, die abgeschlossen war. Ja, ist doch gut hier. Ich gehe ja schon. Für die eine Tür, die da vorne abgeschlossen war. Also, die Frage, wo die Tür jetzt ist, genau. Oh, oh. Okay. Hallo. Ja, alles gut. Hallo, Zombie. Hallo. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, aber alles gut. Ich schlag dich schnell zusammen. Stirbt jetzt auch irgendwann? Oh, nice. Ich habe ihn. Okay. Monster Hunter. Okay. Ähm. Kann ich jetzt irgendwie weg auch? Slowness. Oh, da muss ich warten. Slowness. Ich mag keinen Boden. Das ist das Dings. Ähm. So, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, hier freizukommen. Da, wo ist der Security? Ich muss da irgendwie in die Security Room kommen. Wo ist das mit Security Room? Ich glaube, da ist nämlich hier vorne irgendwo. So. Alright. Ich gehe mal hier irgendwie nach vorne. Die Security Room war nämlich da, wo die Kameras waren. Ich denke, da war irgendwo da vorne. Gleich erschreckt mich wahrscheinlich wieder. Oh, oh. Das ist ganz gar nicht gut. Und hier war nichts. Absolut gar nichts. Ja, da vorne. Da vorne war. Leute. Da vorne war der Security Room. Ähm. Hallo? Hier unten war ich noch nicht, gell? Wo war der Security Room? Ich bin mir an der Weihe irgendwo. Hier vorne? Ja, hallo. Ich weiß, dass du da bist. Hier voran nehme ich, glaube ich, oder? Ja, hier war das. Ähm. Security Room. Hier. Ja, ist doch gut. Hier. Ähm. Security Key. Kann ich mit dem irgendwas machen? Ähm. Security Key. Kann ich... Ich glaube, sie muss ihn hier reinlegen. Habe ich? Reingelegt? Okay, nice. Die Tür geht auf. Hallo? Hi. Ähm. Hi. Wie geht es dir? Mir ist gut. Ähm. Hallo? Wie sehen wir es drinnen? Bitte sag jetzt nicht irgendwie... Alter, ich kann mich hier von... Wollen wir ihn verstecken, oder? Stimmt, ich denke schon. Kann ich mich hier verstecken, dann lasse ich ihn gleich offen. Kann ich hier doch irgendwas machen? Okay. Lol. Oh, gleich muss er verstecken. Ich glaube, er kommt. Kommt der? Was passiert hier? Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, er kommt, oder? Kommt der? Oh, oh. Ich bin blind. Und ich glaube, ich muss wieder raus. Aber der hat die Tür zerstört. Irgendwer ist hier da. Das heißt, hier kommt... Okay, ich kann es wieder normal sprinten. Hier war aber auf jeden Fall irgendwer, der hat die Tür... Lol. Bin ich woanders? Ne. Ich glaube, ich muss hier runter. Hallo? Schaut dir gerade nicht so selbstversprechend aus. Das sind... Fußabdrücke. Ich glaube, das sind einfach die Blitze hier, die passieren. Was steht da hier? Maschinenraum. Hallo? Was ist die Jukebox? Okay, leider kein Sound hier. Jukebox. Okay. All right. Ist irgendwas? Ich denke nicht. Ich weiß nicht. Maschinenraum. Mainbreaker. Also hier ist der Maschinenraum. Hallo? Okay. Gasbomb. Ich habe jetzt angemacht. Okay. Hier steht irgendwas komisches. Äh. Okay. Wie sehen wir? Okay, hier ist wieder... Hier ist wieder so eine Person. Oh nein. Aber hier ist doch sonst... Niemand, oder? Okay, der hat den Kopf verloren. Okay, hier kann ich wieder verstecken. Hier kann ich wieder auch verstecken. Hier ist irgendwas angemacht. Okay, ich habe das Licht angemacht. Okay, nice. Alles gut, Leute. Ich habe das Licht angemacht. Ähm. So. Oh, okay. Das sind wir die Donner. Okay, das muss ich jetzt glaube ich auch anmachen. Nichts. Okay, ist nichts drin. Oh, wo bin ich? Alter, ich verstecke mich unter Dings. Okay. Kommt der? Kommt der wer, Leute? Hallo? Äh. Was passiert hier gerade? Ich gehe raus? Ich denke schon, ich muss kurz warten nur. Dass der Typ nicht kommt. Oh. Wo ist er denn? Ich sehe auch keinen Typen hier. Okay, mit dem... Ach so, warte mal. Ich glaube, ich kann hier unterbett, oder? Nee, nicht Sweet Dreams, böse. Okay. Nicht gleich komplett erschrecke. Okay, ähm. Haben wir jetzt alles fertig? Ich denke, ich. Können wir jetzt das anmachen? Ist hier irgendwas? Ich denke nicht. Hm. Vielleicht geh mal nochmal zurück hier. Vielleicht ist da hinten auch irgendwas? Ist nichts. Hm. Nee. Gerade ist ja nichts. Strange room. Ähm. All right. All right. Ich glaube, ich gehe mal zurück. Hat sich da oben irgendwas getan? Oder irgendwie nicht? Hier oben war ja auch... Aber wir werden... Putz... Dings. Hat sich irgendwas hier getan? Ich denke nicht. Drum hat mich der Typ doch rausgeworfen. Aber jetzt ist sich nichts getan. Ich gehe nochmal runter und dann sehen wir... Okay, ich bin jetzt unten hier. Ich schau mal hier. Oh, die Tür ist jetzt offen, gell? Soll ich noch irgendwas? Nee. Oh, der hat mich schon wieder erschrocken. Hallo? Oh, okay. Ich verstecke mich die ganze Zeit. Okay, kann ich mich wieder verstecken? Ähm. Ist noch irgendwas? Nee, ich denke nicht. Wie geht es hier raus? Lange Gänge sind nie gut in die... Dings hier. Äh. Ja. Hier liegt wieder einer ohne Kopf. Genau. Ich finde, wer berichtet, du... Oh, schon wieder. Elektrorraum. Okay, ich gehe mal hier lang. Okay. Könnte ich wieder verstecken? Was sonst ist ja eigentlich, glaube ich, nichts, oder? Elektrorraum? Nee. Hm. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Dings, gell? Ein Weg. Das macht, glaube ich, nichts. Zeit. Äh. Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich würde bloß sagen, irgendwie, das war es mit der Folge hier. Äh. Lasst ein Like und ein Abo da. Unbedingt. Like und ein Abo da. Und ein Kommentar in die... In die Beschreibung, wo ich schon sagen. Kommentar in die Kommentare. Äh. In die Kommentare praktisch. Schreibt einen Kommentar, ob ihr irgendwie auch Horrorvideos oder so feiert. Und, äh. Ja. Habt doch irgendwie ein schönes Halloween. Oh, Halloween war eigentlich gestern. Aber egal. Ja, dann würde ich sagen, äh, lasst ein Like genau da unten. Äh. Äh. Aber, äh. Und macht die Glocke unbedingt, ähm. Unbedingt an hier. Und, äh. Ja. Dann würde ich sagen, ciao. Pschuh. It's just fire. It's just fire. Outro